Backdoor für Macs, kritische Sicherheitslücken in Ivanti Endpoint Manager, Apache Off bis ERP und Barracudas ESG-Geräten, Terrapin-Attacke in SSH entdeckt, Cybercrime-Ring zerstragen, Leaks messen zu Weihnachten, Hackergruppe attackiert Albanien, russische Hacker infiltrieren Kifstar und Polizei zögert bei Palantir. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker-News der Woche. Aufgrund der Weihnachtspause gibt es heute ein paar mehr News als sonst. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du aber wie immer auf unserem Blog unter www.larsbridge.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Neue Gefahr für Macs Spectral Blur Backdoor entdeckt Im Rahmen der 100 Days of Yara stießen Sicherheitsforscher auf eine neue Mac OS Backdoor namens Spectral Blur, zugeordnet zur nordkoreanischen Hackergruppe TA444. Der Bericht zeigt, wie die Entdeckung von Spectral Blur zur Verbindung mit der Malware-Familie Candycorn führte. Spectral Blur agiert als moderate Backdoor und ermöglicht das Hoch- und Herunterladen von Dateien sowie das Ausführen von Shell-Befehlen. Die Ähnlichkeit zu Candycorn lassen vermuten, dass unterschiedliche Entwickler ähnliche Anforderungen hatten. Die Forscher betonen die wachsende Bedrohung für Mac OS Systeme und die Notwendigkeit erhöhter Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere in Branchen wie Kryptowährung und Blockchain. Weitere Details hat der Sicherheitsforscher Patrick Wardle in den Blogposts OX77 und OX78 auf dem Blog Objective-C.org veröffentlicht. Ivanti behebt kritische Sicherheitslücke in Endpoint Manager Ivanti, ein Anbieter von IT-Management-Lösungen, hat eine kritische Sicherheitslücke in seiner Endpoint Manager-Software bekannt gegeben und entsprechende Sicherheitsupdates veröffentlicht. Die Schwachstelle als CVE-202339336 identifiziert, betrifft EPM-2022SU4 und alle vorherigen Versionen. Die kritische Sicherheitslücke mit einer CVSS-Bewertung von 9,6 ermöglicht es einem Angreifer mit Zugang zum internen Netzwerk, eine nicht spezifizierte SQL-Injection auszunutzen. Dadurch kann der Angreifer beliebige SQL-Abfragen ohne Authentifizierung durchführen und Ausgaben abrufen. Im schlimmsten Fall könnte dies zu einer Übernahme der Kontrolle über Maschinen führen, auf denen der EPM-Agent läuft. Besonders problematisch ist die Situation, wenn der Kernserver Microsoft SQL Express verwendet, da dies zu Remote Code-Execution auf dem Kernserver führen kann. Die Anwender von Ivanti EPM-2021 und EPM-20224SU5 werden dringend aufgefordert, die bereitgestellten Sicherheitsupdates zu installieren. Obwohl keine aktuellen Hinweise auf Exploits vorliegen, haben staatlich unterstützte Akteure in der Vergangenheit Zero-Day-Schwachstellen in anderen Ivanti-Produkten ausgenutzt, um in Netzwerke von Regierungsorganisationen einzudringen. Terra-Pin-Attacke auf SSH-Protokoll entdeckt, Millionen Server gefährdet. Sicherheitsforscher der Ruhr-Universität Bochum haben eine schwerwiegende Sicherheitslücke im SSH-Protokoll identifiziert, die Terra-Pin-Attacke. Angreifer können die Integrität der Verbindung durch Manipulation von Sequence-Nummern im Handshake gefährden. Betroffen sind viele SSH-Implementierungen, darunter OpenSSH und PuTTY. Fast 11 Millionen SSH-Server im Internet sind laut der Shadow Server Foundation gefährdet. Die Forscher empfehlen dringend, Patches zu installieren und bieten einen Vulnerability-Scanner an, um betroffene Systeme zu identifizieren. Neue Zero-Day-Sicherheitslücke bedroht Apache Offbiz. In Apache Offbiz, einem Open-Source-ERP-System, wurde eine neue Zero-Day-Sicherheitslücke mit der Bezeichnung CVE-2023-51467 entdeckt. Diese ermöglicht es, die Authentifizierung zu umgehen, indem leere Parameter in einer HTTP-Anfrage verwendet werden. Dies resultiert aus einem unvollständigen Patch für eine vorherige kritische Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2023-49070. Nutzer sollten dringend auf die Version 18.12.11 oder neuer aktualisieren, um potenzielle Bedrohungen zu verhindern. Die Shadow Server Foundation berichtet von Exploit-Versuchen und betont die schnelle Absicherung von Apache Offbiz. Zero-Day-Lücke in Barracudas ESG-Geräten ausgenutzt. Chinesische Hacker haben eine neue Zero-Day-Lücke in Barracudas E-Mail-Security-Gateway, kurz ESG, ausgenutzt. Die Schwachstelle mit dem Namen CVE-2023-7102 ermöglichte die Ausführung von Code über präparierte Excel-Anhänge. Die Angreifer, als UNC-4841 bekannt, setzten bereits zuvor eine Zero-Day-Schwachstelle in Barracuda-Geräten ein. Die erfolgreiche Ausnutzung fügte zur Installation von Backdoors namens C-Spy und Saltwater. Am 21.12.2023 veröffentlichte Barracuda ein automatisch angewendetes Sicherheitsupdate. Es sind keine weiteren Maßnahmen der Kunden erforderlich. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen Internationaler Cybercrime-Ring zerschlagen Ein transnationales Ermittlerteam ist erfolgreich gegen den X-Static-Marktplatz vorgegangen, der illegal Zugangsdaten und persönliche Informationen verkaufte. Nach der Abschaltung im Jahr 2019 wurden weltweit 19 Personen auf verschiedene Ebenen des Betriebs angeklagt. Die Täter nutzten über 700.000 kompromittierte Server für illegale Aktivitäten wie Steuerbetrug. Die Strafen für die Angeklagten reichten von 12 Monaten bis zu 78 Monaten Haft. Die internationale Zusammenarbeit führte zu 17 Anklagen und oder Auslieferungen in die USA. Wenn Santa hackt, Cyberkriminelle feiern Leaksmas. Während der festlichen Jahreszeiten starteten Cyberkriminelle im Dark Web das Leaksmas-Event, bei dem enorme Mengen an persönlichen Daten veröffentlicht wurden. Unter dem Label Free Leaksmas teilten Hacker Datenlecks als Dank untereinander. Opfer in den USA, Peru, Frankreich und anderen Ländern sind mit Kontenübernahmen, Identitätsdiebstahl und anderen finanziellen Betrügereien konfrontiert. Ein besonders alarmierender Vorfall in Peru betraf Movistar, einen führenden Telekommunikationsanbieter, der über 22 Millionen Datensätze verlor. Andere Länder, darunter Chile, die Philippinen und Italien, wurden ebenfalls getroffen. Die Gruppe Sieged Sack, bekannt aus Datenlecks aus Idaho, behauptet, in nicht näher benannte Regierungsressourcen eingedrungen zu sein. Die Five Families, eine Hacktivisten-Allianz, leitet ebenfalls Datenlecks ein. Die Auswirkungen sind erheblich und könnten Millionen von Dollar an Schäden verursachen. Die Cyberkriminellen kündigten weitere Aktionen im kommenden Jahr an. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Hackergruppe Homeland Justice attackiert Albanien Die pro-iranische Hackergruppe Homeland Justice führte kürzlich einen Cyberangriff auf Albanien mit der No-Justice-Wiper-Malware durch. Diese schädliche Software verursacht einen irreparablen Systemabsturz. Die Gruppe, aktiv seit Juli 2022, setzte ihre destruktiven Angriffe fort, mit dem angegebenen Ziel, Anhänger von Terroristen zu beeinträchtigen. Unter den betroffenen Einrichtungen befanden sich One Albania, Eagle Mobile Albania, Air Albania und das albanische Parlament. Die eingesetzten Werkzeuge umfassen einen ausführbaren Viber sowie ein PowerShell-Skript. Russische Hacker löschen Kiefstar-Systeme Wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht, hatten russische Hacker seit Mai 2023 Zugang zum System des ukrainischen Telekommunikationsunternehmens Kiefstar und führten am 12. Dezember 2023 eine groß angelegte Löschaktion durch. Der Cyberangriff im Dezember führte zu einem Ausfall der Dienste für 24 Millionen Nutzer. Der Security Service der Ukraine vermutet die russische Einheit Sandworm als Täter. Der Angriff hatte wenig Auswirkungen auf die ukrainische Armee und Kiefstar konnte die Dienste schnell wiederherstellen. Der Cyberspionage-Chef der Ukraine nennt diesen Angriff eine Warnung für alle westlichen Länder zur Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen für Cyberangriffe. Palantir-Nutzung bei Polizei – Bundesländer zögern nach Urteil Nach dem Palantir-Urteil vom Februar 2023, das die automatisierte Datenverarbeitung bei der Polizei strenger regelte, wurde die Nutzung von Palantir-Software bei deutschen Polizeien infrage gestellt. Die Mehrheit der Bundesländer zeigt wenig Interesse. Das Urteil betonte den Schutz datenschutzrechtlicher Grundsätze und führte zu strengeren Regeln für die Datenanalyse. Palantir, ein umstrittener US-Konzern, liefert entsprechende Analysewerkzeuge an deutsche Polizeien. Die Bundesländer Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg prüfen noch, während Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen bereits Palantir nutzen. Bedenken bezüglich Verfassungsmäßigkeit und Datenschutz bleiben bestehen mit angekündigten Verfassungsbeschwerden. Das war's wieder für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audio-Version auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe! Zuhören und bis zum nächsten Mal.